Hä? Hunde, wirst du's drauf ansetzen, dass der Server abkackt oder was? Das ist ein bisschen ausgeartet, das geb ich zu. So, hier sind wir... Böh. Böh. Was machst'n du? Hier ist grad, äh, hat sich grad hier die Aufnahme von Camtasia parallel mit gestartet, das wollte man nicht. So, auf jeden Fall, ähm, sind wir jetzt hier auf einem Server, wo man in Game Mode gehen kann und kein Admin oder sowas ist online. Es ist einfach der absolute Wahnsinn. Ja, es ist super. Ähm, und ja. Es ist der absolute Wahnsinn. Man kann... Man kann wirklich... Das wird dann instant abgebaut, wenn man jetzt hier in... Ne? Ist da? Wenn man jetzt hier durchläuft und im Creative Mode ist. Ja, was? Ey, was macht ihr? Äh, ja. Und wir wollen hier einfach mal ein bisschen... Spaß haben. Oh, ja, das ist Protected. Ne, ich glaube, das ist liegt am Spawn, oder? Oh, fuck. Wer ist ein Kloppi? Ne, das ist keiner von uns, den können wir mal töten. Das ist der Admin, ne? Echt? Das ist er rausgegangen. Ey, Alter, jeder Admin, Tino. Echt? Also hat das doch gestimmt. Mann, ich wollte ihn gerade töten. Wir hätten ihn noch kicken können. Ja, wir bannen einfach jeden. Ja, das stimmt, das könnte man theoretisch machen. So, dann du noch kaputt. Also das ist wirklich ein bisschen krass hier, wie manche Server... Ja, okay. Wir haben einfach mal ein bisschen Spaß gehabt hier. Also wir haben jetzt noch ein bisschen Spaß. Haben uns eigentlich Diamantsachen erst gefarmt. Und... Ja, dann hat er Jonas mitgekriegt, dass man hier in Creative Mode gehen kann. Und hier ein bisschen Spaß haben kann. Tja. Liebe Admins, ihr seid wirklich schlau. Ja, das ist einfach nur Hammer. Oh, ups. Na ja. Es ist echt... Wie kann man denn seinen Server... Hier so viel aufbauen und dann... Na gut, ich glaube, der hat einen Backup. Ne, vor... Äh, das macht immer Autos selbst grad... Hier. Na ja, ist das so wie Backup? Ja. Das ist irgendwie ziemlich dumm einfach. Oh, Alter, es leckt. Scheiße. Alter, wie... Wie kann man denn seinen Server so... So ohne Plugins hier online stellen und noch dauerhaft online? Na ja. Auf jeden Fall muss solche Dummheit bestraft werden. Und ja. Ja. Äh, ja. Es tut mir leid. Aber es muss sein. Wir können nix dafür. Nein, können wir absolut nicht. Äh, irgendwie? Achso, ja, der Tom ist auch hier. Ja. Der sagt aber grad nichts. Ja. Der hat... Jaaa... Jonas? Ja. Zum Glück leckt er nicht. Ich leck zufällig, oder? Ja. Ich hab dich übrigens wieder anbänd, als du das meinst. Hast du ihn gebannt? Ja. Vorhin. Hä? Hab gekriegt. Und ja, bauen wir hier ein bisschen was ab, einfach mal aus Spaß. Ich weiß nicht, vielleicht mach ich ein bisschen Zeitraffer jetzt. Ich glaub ich mach Zeitraffer. Einfach. Ab jetzt, oder was? Ab... Jetzt! Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020